Die Firma CureVac mit Sitz in Tübingen hat jetzt ihre Jahresbilanz für das vergangene Jahr veröffentlicht. Danach lagen die Umsatzerlöse bei knapp 54 Millionen Euro, knapp 14 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von 20 Prozent. Der operative Verlust belief sich auf 274 Millionen Euro. Das sind 25 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.